Dann ist hier oben drin noch der liebe Rude Kater. Der muss leider noch in der Einzelhaft sein, weil du noch nicht kastriert bist. Deswegen immer ein bisschen Ärger mit Fonzie hast. Da verträgst du dich gerade nicht so gut mit dem Fonzie. Deswegen fließ gerade noch hier im Käfig. Auch bald wirst du den auch verlassen können. Auch bald wirst du den auch verlassen können. Upsala, das Lüpfchen heißt er auch noch. Ich bin lieber 30er. Und der ist wirklich ganz cool. Pierrot heißt er. Jetzt fällt noch der Name wieder ein. Pierrot, ne? Pierrot ist der schöner. So ein Orangerot. Das sieht mir jetzt gar nicht gut. Aber der ist orange. Ganz hell orange. Schöner. Wer schnell läuft! Und der ist jetzt meticad. Und dieser macht ihr findet alles schon wegen des Kiste macht. Oh meine ich guckte assez gut. Oh, was ich nicht pfeif? Oh nein! Ich kann dir das irgendwie vor sensors onze Jist Jahre op. Vielen Dank.